Willkommen zurück bei GTA 5 Online mit Julian und mir, dem Manuel. Oh, das war knapp, das war knapp. Ja. Ja, wieder ein bisschen GTA und jetzt versucht wir mal da rüber zu fliegen. Nicht über den Berg, sondern hier über diesen Berg. Ah, das klappt nicht ganz, oder? Ne, das klappt nicht ganz. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr Speed. Schon ein kleines bisschen. Hast du schon gedacht, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Auch gleich, gleich geht's schief. Gleich, aber das war so klar. Bleibt du noch eben liegen? Ich wurde nicht. Huiiiiih, jetzt frage ich mit dem Auto weg. Hast du gar ein Auto? Äh, der größer war nicht. Mann, 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 das ist so doof. Kannst du mich bitte abholen? Ja, kann ich machen. Ach, dann. Ich wollte jetzt gerade rüberfliegen und ich hätte echt gedacht, wenn ich gerade so im Fliegen bin, weißt du, dann machst du einfach mal dein Motorrad zu, auf Privat, dass halt niemand einsteigen kann. Nee, ich kann das ja nicht sehen, das hätte ich gemacht. Ich komme. Oh, Mann, warum denn schon wieder? Ah, bin ich aufs Maul geflogen. Ich habe ja das Geld. Ja, das nervt langsam, wenn du auch das Geld hast. Komm. Ja, die kriegen mich eh nicht, ich bin nur viel zu schnell für die. Ich habe viel Skill. Vor allem kommen die AGW gerade nicht mal. Die haben mich im Stich gelassen. Wie viel kosten die Söldner? 7.000 oder? 7.500. Ah, ja. Aber da kommen sie auch schon. Ja, dann haben sie nicht gerechnet, dass ich irgendwas sogar durch war. Damit haben sie nicht gerechnet. Weißt du was, ich steig einfach, aber guck mir das aus der Ferne an. Das würde ich asozial finden. Stirb. Nein, ich will überfahren. Ziel ausgeschaltet. Was? Haben die mir jetzt gesagt. Mich hat ein LKW überfahren. Das war doch nicht Ziel ausgeschaltet. Wo liegt denn dein Motorrad? Hier, ich bin zuerst da. Ah, okay. Ziel ausgeschaltet. Ah, dann hast du dich auch noch gerufen. Langsam reicht es mal. Ach, der ist ja auch noch da. Ja, die nerven auch extrem. Hey, warum gehen die nicht tot? Ja, die machen extra teuer. Ja, Juni, die geht doch mal gut damit, weil das nervt echt. Naja, die habe ich vorhin schon gerufen. Die kamen jetzt erst. Doch schon. Ja. Hey, guck mal, ich verlieh immer mehr Geld. So ein V los. Die schweben da immer noch. Ja, weil die scheiße sind. Schaffen wir das? Mir kommt das Motorrad extrem, extrem, extrem langsam vor. Nee, du wirst ja falsch. Hä? Wieso fahre ich falsch? Nee, du warst, ich glaube, ein bisschen hat der Linkstrifz anfangen müssen, oder? Ja, rechts meine ich. Ja, sag das doch. Ja, glaube ich jedenfalls. Aber das Motorrad ist sowieso ganz schön langsam. Das ist voll aufgezogen. Ja, aber trotzdem. Ich meine, da ist das noch mit jedem Auto schneller. Ja, aber mir komme ich auch noch schneller vor. Ja, sehr gut. Okay, dann führe ich mich mal kurz im Hang ab. Ja, danke schön. Kann's gehen. Komm, mach hier ne. So, drin, drin, jetzt gib Gas. Bitch. Ja, ich habe gerade geguckt, ob mich da auch keine Rakete verfolgt. Aber es ist alles gut. Ich glaube, du bist safe. Ja. Jetzt muss ich das nicht machen. Ich bin mal hier am Rang gefahren, die kriegen sie mich nicht mehr nicht. Das ist alles. Hiii. So, ich fliegs mal schnell zum anderen Flughafen. und vielleicht haben wir da auch noch Glück und haben da einen Kedibob, Mann, Kedibob. Also er ist ein Kargobob, nicht Kedibob. Erster finde ich ein neues Musikinstrument. Achso, ja, das war vorhin. Das war gar nicht in der Aufnahme. Ja, ja, das war vorhin, als ich bei dir war. Die Gitarre. Nee, Gitarre. Ah ja, Gitarre, genau. Mit Mischung aus Gitarre und Geige. Äh, was? Das soll ich abholen? Wieso soll ich abholen? Das kann ich gar nicht mehr mit meinem Chat. Achso, stimmt. Ja, dann lasse ich mich halt abholen. Ich lasse mich dann mal abschneiden. Ahaha. Der war so geil. Ja. So, ich setze jetzt gekommen zur Landung an. Butterweich, die Landung, Butterweich. Butterweich, Butterweich, Hammer, Butterweichland. Hammer, geil. aber wenn der kargo bob der ist ja dahin nachkommen schon cargo cargo bäbchen kein cargo gar nichts nichts null nada niente ich werde jetzt mal ohne farbe klanten ja ja und zwar auf dem wasser das geht das geht dann kaputt hat geld kaputt so jetzt langsam also rein drehen schon mal das gas wegnehmen ein bisschen mehr nach unten lande klappen gott und dann gekonnt einfach ohne farbe landen akum sieht sehr professionell aus wo es raucht es auch noch und dann hebt man wieder ab was aber auch wieso rauchen das verstehe ich gar nicht ich werde gerade noch geflogen du hast gerade noch geflogen woher fliegst du dann überhaupt zum flughafen warte mal ich glaube das wäre mit dem eigentlich besser bist du das aber du wirst bei mir nicht mehr angezeigt wieso ja weil weiß ich nicht ich bin ja noch ich bin jetzt gerade erst in der stadt der fliegt auch nicht so toll okay das war eine doofe entscheidung nein nein ich wollte gerade den jet nehmen und dann durch da abschießen auf einmal ist einfach der motor ausgegangen ich war noch gar nicht so hoch warum geben wir auto hier richtig mit meinen übernatürlichen kräften hast du so mein auto im auto mein jet ausgeschaltet ja weil ich weiß kann ja auf jeden fall hast du schon eigentlich alle masterstands oder einige ich habe vielleicht ich habe schon ein bisschen mehr ich habe mir fehlen nur noch neun um limetten grün ja ich habe ich habe vielleicht etwas ich habe vielleicht so 10 bis 15 ja ich habe mir eine karte geholt wo die monster starten was das da hat und ich kann heute nicht reden wo die monster stanz drin sind und war ich mal kurz ein bisschen farm wieso schieter eine karte geholt hast ja und wie ich mühselig die fehlen des hessens gibt zwei zusammen gesammelt hat ohne karte was hat das jetzt was hat das jetzt immer mit das erstens gut zu tun er zusammengegenstände ich bin gerade mit der titan weiß und wollte dich dann da weg wegnutzen ja ja warte ich du nimmst und der teilte nicht mit dem tag geboren ich bin gerade ausgesprungen fliegt du fliegt du kann immer auf mein roter blätter nein werde ich nicht nimm du den kampf hedi da und schießt die feinde weg die versuchen uns zu töten naja ok und bitte nicht mich naja das wird immer sehen und fahr ich das aus mit rechts mit rest gedrückt schalten glaube ich ja ach so und jetzt einfach rüber fliegen aber über ein auto halt über ein auto ja warte man versucht ein auto auf den spieler zu werfen da kommt da kommen zwei spieler das kann sein die reden auch ich höre sie nicht gemütet habe ich nicht ich habe sie jetzt verscheucht was sie getötet habe ich nicht habe sie nur verscheucht hast du jetzt ein auto ja ich werfe jetzt ein auto auf den drauf ok wenn man das aus einer größeren höhe macht dann explodieren ja ja ich fliege auch ein bisschen höre nicht dass der mit raus schießen kann ja trauen die sich doch da unter der brücke sind sie ja so ich hab das auto hier das könnten andere spieler suchen die sind mit zu schnell da hinten sind sie auch mein heli rauch nein ich habe zu viel noch ein neuer da ja es war ich habe ich habe nur 14 dollar 34 34 nur weil ich noch mal mein mechanik noch ein cargo bob nice aber ich sollte vielleicht noch den anderen helikos kaputt machen ja das kann ichkommen oh läster du schwuchtel oh hier ist jemand nein 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 das ziehe ich nicht ein wollte nicht ich glaube der wollte mit rein Ich habe gedacht, es ist einfacher mit Sachen aufsammeln. Ja, man muss da ein bisschen hin und her... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach da. Ich suche gerade Spieler. Ich dachte, der eine wollte mich da gerade rausschießen. Der hat mich aber doch nicht rausgeschossen. Ist halt einfacher, wenn die halt stehen, die Autos, ne? Die haben Fahnen, das ist... geht fast gar nicht. Da hinten fliegst du? Hm. Nein. Ah, da hinten ist ein Spieler. Dann haben wir den da. Das ist echt... Da haben wir jemanden. Der flüchtet vor der Polizei. Nice. Über einem Auto. Und... Der springt da erst mal raus. Wir stehen jetzt... Wo bist du denn? Versuch den Spieler einzusammeln. Hey, Schnauze-Henny. Hast du das nicht ausgenommen? Nein, habe ich vergessen. Wie der von mir wegfährt. Ach, da hinten bist du. Warte, ich komme auch. Das ist ein Bild für die Gürtel. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Der fliege in meinem Auto von meinem Cargo-Bob und ich fliege so zwei Meter hinter ihm. Ja, ich sehe gerade einen Schatten. Jetzt hat er sich festgesprungen. Warte, wer da in die andere Richtung ist, kommst du auch noch, komm. Ach, da. Scheiße. Ah. Oh Gott. Du musst dich gerade auch blöd vorkommen. Schnauze-Henny. Oder? Ah, so knapp. Oh mein Gott. Wie ist das? Schnauze-Henny. Oh, ich bin dagegen geflogen. Oh, ich war zu schnell. Was ist denn? Ach, schade. Ach, ich stehe in Ordnung. Vielleicht, warte, ich kann ihn daraus drängen, gleich. Kommt man hier runter? Ja, ja, mal. Warte, ich kann ihn so anhalten, ja, warte. Ach, guck mal, da steht er gar nicht mehr. Doch. Ich versuche auf mich zu schießen. Jetzt nicht mehr. Warte mal, so ich versuche mal, dich dich hochzuheben, dein Auto. Nein, 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 du hilfst mir. Doch, das ist doch cool. Klar sein. Klar sein. Ja, nee, war der dann in einem Doppel am 1. Er steht da hinten. Komm mal drunter. Ja, bin dabei. Er schießt auf mich. Oh, das ist schwer, ne? Du musst ihn gerade halten. Du musst ein bisschen höher. Höher, 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 höher. Höher. Höher, Julian. Ja. Okay, jetzt bis heute runter. Ne, 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 ne. Ich sehe nichts. Ja, warte, so bleiben. Jetzt ein bisschen weiter über mich. Ah, da war auf. Ja, jetzt hast du mich. Sehr gut. Ja, hoch, 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 hoch. Sie hoch, Julian, sie hoch. Ja, ich hab den Typen mit, ich hab erst das gesehen. Ja, hab ich. Oh, das ist doch wahr. Du kannst ihn ja so, so wegbauen. Oh, 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 oh. Nein, jetzt bin ich, jetzt bin ich lose. Oh. Scheiße, warte mal. Ich such mir ein neues Auto. So. Er ist wieder tot. Oh. Ich könnte da nicht mehr fahren, jetzt. Jetzt geht's hin. Also natürlich noch mal eben. Ja? Jetzt hör auf zu nerven, du Spacko. Du wollte dich doch noch töten. ich bin haken junge junge wasser lebt immer noch das eingestiegen nein und dann müssen wir da runter 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 das ist einfach zu weit da jetzt hat er okay hoch hoch wie sieht das aus wir machen jetzt ein paar bildaufnahmen da kann ich noch ein bisschen raussuchen ja das war nicht weit genug wir haben einen schönen blick über die stadt erhaschen ich muss mich irgendwo im pool werfen er versucht das mal er sitzt jetzt einfach drin ja natürlich sitzt da drin Irgendwo in den Pool, oder? Dahin ist ein Pool, rechts. Ah, komm! Ah, heil! Ja, sehr gut. Du lebst noch. Ja. Du hast ihn getötet. Huch, sag. Der ist rausgesprungen. Habe ich ihn übergefahren? Und dann bist du auf dem gelandet, oder so. Das wäre ja geil. Ich habe das gar nicht gesehen. Wir wollen versuchen, einen Panzer zu klauen. Ja, können wir machen, da muss ich mit einsteigen. Ja, ich habe das ja schon mal versucht, und das wollten wir auch schon mal versuchen, aber dann war kein Cargobob da. Ah, lauf, 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 lauf. Mann, jetzt lauf doch da ein bisschen schneller. Ach, du bist noch gar nicht drin. Ne. Oh, steige ich da ein. Na egal. Jetzt geht er erstmal an die Seite. Und dann fliegen wir jetzt einen Panzer-Clown. Ich glaube, wir werden abgeschossen. Flieg, flieg. Deine Idee raucht aber auch schon ein bisschen, ne? Ja. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, einen Panzer zu klauen. Wie spät haben wir es? Also, wie lange noch? Noch sieben Minuten. Dann könnte es da so vielleicht die letzte Aktion des Spiels sein. Könnte sein, ja. Da sind gerade sogar ein paar Spieler, ob die jetzt genau da sind, weiß ich nicht. Ich guck mal eben nach. Ja, die sind, na nee, die sind gerade da im Sumpf. Zwei Spieler. Da würde ich sagen, sammeln wir die mal auf, ne? Mit dem Haken. Ja, nee, die haben ja kein Auto, glaube ich. Mein Auto steht aber auch noch da, auf dem Berg. Ja? Ja. Das mache ich aber nicht kaputt. Lieber nicht. Mir egal. So lange ich es nicht bezahlen muss. So schön beleuchtet, ne? Oh, so viele Farben. Ja, aber doch sehr schön. Ja, ne? Doch, jetzt haben sie auch ein Auto. Die fahren jetzt zu zweit im Auto. Unten auf der kleinen Kackstraße. Hm, ich sehe es. Ach, da unten. Da unten versuchen, einen Läster anzudocken. Können wir auch versuchen. Das Geile ist ja auch, so ein Bus, ne? Dem kommt man nur sehr schwer hoch. Aber so ein Panzer, den kriegt man so ganz locker easy hoch. Ja? Ja. Hat es schon mal jemand geschafft, oder wie? Ne, ich habe es schon mal versucht, im Story-Modus. Ich habe das in die Kamera-Perspektive von oben gewechselt. Jetzt sehe ich aber nicht mehr, wie hoch wir stehen. Achso, ja stimmt. Die gibt es ja von oben. Ja. Ja, das kann ich ja machen. Das sehe ich ja noch. Ein bisschen weiter runter. Noch ein bisschen. Ja, so ist okay. Ich muss nur noch ein Auto aufgabeln. Ja, ein bisschen weiter hoch wieder. Ja, das ist ja auf dem Boden, der Haken. Ja, 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 so, so, so. Kannst du es mal gerade halten? Ja, sehr gut. Im Fahren. Sehr nice, sehr, sehr nice. Wenn auch noch so ein Van. Ja. Ich glaube, die beiden Spacken haben versucht, in mein Auto einzudringen. Da hat man auch nicht alle Tage zum Super-Sportwagen, der auf dem Berg steht. Ich gehe mal weniger in die von oben in die Kamera-Perspektive einfach um. Du musst höher, höher. Ja, ist nicht so leicht. Ja, trotzdem. Nichts sage höher, da musst du höher. Ich glaube, ich habe heute einen Panzer, aber nicht. Ja, machen wir gleich. Ich möchte das Auto beierst auf die Spieler da. Geil ist, wir kriegen keine Sterne, ne? Ja, aber es dauert ein bisschen. Also irgendwann kriegen die das schon mit. What the fuck? Okay, sie stehen da auch gerade. Oh, das ist der O-Defendig. Oh, man. Ach, da, 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 da. Okay, das gelbe Auto. Also, das ist eine gelbe Entity. Kannst du mal eben gucken, ob die Person in unserem Wellen noch drin sitzt? Ne, ich glaube nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ah, du bist zu weit. Viel zu weit. Ja, okay. Schade. Ja, dann lass uns mal versuchen. Ach, die selber jetzt. Ja, auch nochmal. Okay, ja, sie reden auch gerade. Ich glaube, der eine sitzt. Ach, ne, da sitzt. Ne, schon gut. Ne, der fährt weg. Oder? Runter. Runter. Ja, okay, wir haben ihn. Okay, wir haben sein Auto. Da hat er sein Auto wieder. Was der wohl gerade, wie es gesagt hat. Was der ist? Er, warum ist es geschossen? Ja, stimmt. Wir hauen lieber ab. Ja. Jetzt, jetzt hauen wir jetzt. Ja. Also, jetzt mal ab zum Panzer. Das muss ich mir gleich mal anhören, was die sagen. Um ein Glück haben wir die nicht gemutet. Ja. 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 Scheiße. Das wäre eben besser gewesen, wenn wir es jetzt eben schon gemacht. Die schießen immer noch auf uns. Panzer, 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 wir suchen einen Panzer, Panzer, Panzer. Da sind drei Panzer, vier Panzer. Wo? Fünf, sechs Panzer, auf einer Reihe. Äh, vor den Hangars. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nicht fertig sein? Wir werden gleich sterben. Wir werden gleich sterben. Wir werden gleich sterben. Weil Julian nicht fliegen kann. Da ist noch ein Cargobob. Da ist noch ein Cargobob. Und wir sind tot. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Fankt W общем, ich denke ich fass, ich denke ich nabe ich noch. Aber du bist nicht ein Приgewaltig. Ich glaube da können wir nicht sagen. Ich mein Name.. Hier ist ein F-DF-DF-DF. Jetzt ist das ein F-DF-DF, das ist ein F-DF-DF. Die Mannen haben mich gefackt. Meine Frau hat mich gefackt. Die haben mich gefackt. Ey, ihr habt mich lange geballert. Ich habe mich lange geballert. Ich habe mich lange geballert. Wir sind den letzten geballert. Ich habe ihn hier. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Bis zum nächsten Mal.